Der beste Vater, Viktoria Beckham schwärmt von ihrem David. Wahre Liebe rostet nicht! Seit 20 Jahren sind Viktoria, 44, und David Beckham, 43, bereits verheiratet und noch immer schwärmen die beiden Stars öffentlich voneinander. Zuletzt verlor die Dessinerin in einer TV-Show überschwänglich positive Worte über den ehemaligen Fußballstar. Die 44-Jährige verriet dabei nicht nur, was ihn als Ehemann so besonders macht. Sie konnte auch seine Fahrtqualitäten nur in den höchsten Tönen loben. Ich habe wirklich Glück, erklärte Viktoria bei Good Morning America. Mit David habe ich wirklich meinen Seelenverwandten gefunden. Er ist ein großartiger Ehemann und ein fantastischer Vater. Er ist wirklich der beste Vater, schwärmte die Faschionikone. Außerdem lerne sie auch nach 20 Jahren noch immer Neues über ihren Ehemann. Bei dieser Gelegenheit berichtete sie von einem Lounge-Event für eine neue Modekollektion in New York, bei dem David offenbar einige ziemlich scharfe Bewegungen aufs Parkett gelegt hat, die Vic so noch nie gesehen hatte. David kann tanzen, das sage ich euch, verriet die Britin in dem Gespräch. Am 4. Juli 1999 heirateten Viktoria Adams, wie Vic damals noch hieß, und Fußballstar David unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Beckhams haben drei gemeinsame Söhne Broklin, 19, Romeo, 16, und Kruz, 13, sowie Tochter Harper, 7. Die Beckhams haben drei gemeinsame Söhne Broklin, 19, Romeo, 16, und Kruz, 13, sowie Tochter Harper, 7.